Kapitel 2 EU-Mitgliedschaft führt zur Abgabe der nationalstaatlichen Souveränität In mehreren Reformverträgen, zuletzt im Vertrag von Lissabon 2009, wurden die überstaatlichen Zuständigkeiten der EU Schritt für Schritt ausgebaut. Dies führte dazu, dass heute ca. 90% der Gesetzgebung in den EU-Mitgliedstaaten die Umsetzung von EU-Gesetzen betrifft. Dies stellt eine enorme Einschränkung der eigenstaatlichen Souveränität eines EU-Mitgliedstaats dar und zeigt den riesigen Einfluss auf die Gesetzgebung. Auffallend in diesem Zusammenhang ist auch, dass die EU-Regierung sehr hart gegen die eigenen Mitgliedsländer vorgeht, wenn diese Gesetze oder Reformen beschließen, die der EU-Kommission nicht gefallen. Stellvertretend dafür ein paar Beispiele. 26.10.2022 Jetzt zieht die EU den Milliardenhammer gegen Polen. 13.12.2022 EU entzieht Ungarn 6,3 Milliarden Euro. 29.09.2022 EU-Kommission startet mehrere Verfahren gegen Deutschland. Die EU-Mitgliedstaats 19. extraordinar Vielen Dank.